Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-aber-Seite-Letzter-Schluss. Dieses Mal geht es um drei kleine Hilfe-Drei-Kommandozeilen-Programme, die euch unter anderem dabei helfen, Dateien auf Größe passend zusammenzustellen und doppelte Dateien auszusortieren bzw. zu löschen und um die FAT-Tabelle zu sortieren. Warum man das überhaupt möchte, das erkläre ich euch natürlich auch. Der erste Helfer ist Geffiter. Das ist ein kleines Programm, womit Zusammenstellungen von Dateien erstellt werden und auch aus Unterverzeichnissen, also die Unterverzeichnisse werden so gelassen, wie sie sind. Und das Ganze wird so zusammengepuzzelt, damit so Zusammenstellungen gebildet werden, die möglichst genau einer Wunschgröße entsprechen. Der Hintergrund dabei ist, dass man ein Zielmedium hat, was kleiner ist als das Ursprungsmedium, wenn man jetzt auf DVDs einen Satz von Daten brennen möchte und dabei jetzt kein Programm, was Archive erstellt, erstellt sowas wie 7-zip oder so, was das wirklich so in Häppchen packt, sondern wenn man die Dateien quasi abspielbar auf das Zielmedium bringen möchte und es ist relativ egal, welche Datei jetzt auf welchem Zielmedium landet, dann kann man sowas wie Geffiter benutzen. Das versucht möglichst genau den verfügbaren Speicherplatz, also die Wunschgröße auszunutzen, indem Dateien so zusammengepuzzelt werden, dass es wirklich passt. Und das ist erstaunlich, dass das sehr häufig sehr genau funktioniert. Der Aufruf dabei ist Geffiter. SI bedeutet, dass man SI-Einheiten hat, also die Basis ist 1000, ein Megabyte sind 1000 Kilobyte, ein Kilobyte sind 1000 Byte und so weiter. Ansonsten wird es so genommen, dass ein Megabyte 1024 Kilobyte ist, ein Kilobyte sind 1024 Byte. Ja, und das ist schon ein entsprechender Unterschied. Das könnt ihr so und so machen. Orientiert euch am besten, wie euer Dateimanager das zur Hand habt. Also wenn ihr es weglasst, ist es diese 1024er Zählung. Und dann brauchen wir noch Minus T. Das gibt die Zielgröße, also Target Size an. Und da kommt denn eine Größe, wie hier am Beispiel 100 M für Megabyte. Ihr könnt auch ein K dran packen für Kilobyte, G für Gigabyte oder T für Terabyte. Und danach kommen die Dateien und Verzeichnisse, die ihr gerne zusammenstellen lassen möchtet. Und Sternchen für wirklich alles, also die Dateien, die im aktuellen Verzeichnis drin sind. Und natürlich auch die Unterverzeichnisse. Und hinterher bekommt ihr so eine Textliste mit so Zusammenstellungen, was da gut passt. Ja, und dann könnt ihr dementsprechend was damit machen, in weiteren Skripten irgendwie verworsten. Der nächste kleine Helfer ist FDubes. Das findet identische Dateien, also wirklich binär identische Dateien. Also nicht ähnlich aussehende Bilder oder ähnlich anzuhörende Tondateien, sondern wirklich binär identische Dateien. Und das ausgehend vom aktuellen Verzeichnis in allen Unterverzeichnissen. Und wenn man jetzt noch diese Löschmöglichkeit aktiviert, dann kriegt man so einen interaktiven Dialog, wo die identischen Dateien aufgelistet werden. Und kann man sagen, naja, das möchte ich erhalten. Das darf weg. Und ja, genau. Und so kriegt man eine Liste und macht jedes Mal so eine Entscheidung. Behalten oder weg damit. Das Ganze funktioniert dann so. Einmal FDubes, der Kommando aufruft dafür, minus D für Delete. Die interaktive Löschfunktion aktivieren. Man muss auch nichts auswählen. Also es ist erstmal eine Option, die man hat. Dann kann man was auswählen. Oder man kann auch sagen, ich möchte wirklich alles behalten. Also es ist nicht sofort weg. Dann mit minus R, dass auch die Unterverzeichnisse durchsucht werden sollen. Ob es da irgendwelche Passer gibt. Und Punkt, ausgehend vom aktuellen Verzeichnis. Man kann natürlich irgendwas anderes da noch nehmen. Aber das ist so das, wie ich das häufig verwende. Kommen wir zum dritten und letzten kleinen Helfer. Das Ding ist FUDSORT. Da werdet ihr euch vielleicht fragen, wofür braucht man sowas? Bei Abspielgeräten, die nicht wirklich intelligent sind. Also die kann eine eigene Sortierfunktion mitbringen. Sowas wie MP3-Player. Da habe ich es häufig so gehabt, falls ihr sowas noch kennt. Oder auch Autoradios mit MP3-Abspielfunktion. Da packt man Dateien in Verzeichnissen auf eine SD-Karte und auf einen USB-Stick. Und ja, auch in Unterverzeichnissen. Und diese Abspielgeräte, die haben keine Sortierfunktion drin. Ist bei einem Hörbuch oder Hörspiel natürlich irgendwie doof, wenn die Reihenfolge nicht stimmt. Bei Alben oder Musikstücken ist das vielleicht eher egal. Aber wenn es wirklich auf die Reihenfolge drauf ankommt, dann ist es praktisch, wenn es wirklich in der richtigen Reihenfolge abgespielt wird. Diese Abspielgeräte gehen die Tabelle, diese FAT-Tabelle, diese File Allocation Table Tabelle, also doppelt hält besser, einfach durch von oben nach unten und spielen diese Dateien in der Reihenfolge ab, in der sie dort drauf sind. Wenn ihr jetzt neue Dateien auf das Medium kopiert haben solltet, dann stimmt die Reihenfolge einfach nicht. Oder beim Kopiervorgang auf das Medium ist auch nicht sichergestellt, dass die in der richtigen Reihenfolge kopiert werden. Also Stück 1, Stück 2, Stück 3 und so weiter. Das kann irgendwie durcheinander gehen. Von daher kann man diese FAT-Tabelle auch noch sortieren, nachträglich, nachdem man alles drauf kopiert hat, mit FAT-Sort. Und das geht das wirklich alles komplett durch die Dateien und sortiert die in einer Reihenfolge. Üblicherweise wollen wir die natürliche Sortierreihenfolge zu aktivieren mit N haben, so dass die Reihenfolge dann ist, wenn jetzt irgendwie, was heißt A2, dass das wirklich oben ist und danach A12 kommt. Also die Zahlenwert-Reihenfolge. Wenn man es weglässt, wäre das umgekehrt, weil A1 ist vor A2, A2, egal was danach kommt, dass es in 12 kommt. Also normalerweise will man das hier haben und dann gehen wir bloß noch an, welches Gerät das sein soll, was durchsortiert werden soll. In diesem Falle vielleicht ein Kartenleser, ein USB-Stick. Müsst ihr gucken, wie dieses Gerät heißt. Das kann auch MMCBLK, sonst irgendwas für interne Kartenleser sein oder irgendwas anderes. Nachdem ihr das ausgeführt habt, ist diese Tabelle sortiert und euer MP3-Player oder was auch immer für ein eher dusseliges Gerät das ist, spielt es dann in der richtigen Reihenfolge ab. Ja, das war's denn für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder geholfen. Ihr habt vielleicht so drei kleine neue Helferfreunde gefunden, die euch das Leben vielleicht so ein bisschen einfacher machen. Obwohl, das ist wieder relativ speziell. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen oder nicht. Also probiert es aus, lasst es bleiben, wie auch immer. Aber natürlich hier Glocke drücken, abonnieren und bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.